moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem kurzen video möchte ich euch einen neuen pileup clip zeigen nach dem neuesten patch leute und zwar befindet der sich bei der verbrannten verteidigung lasst am besten ein oder zwei zombies über leute dann begebt euch zu den sand senken wo ich jetzt hingehe ihr stellt euch dann davor leute springt etwas aus der distanz dahin und pusht dann so ein kleines bisschen zurück und wenn ihr das dann richtig gemacht habt dann versammeln sich die ganzen zombies unter euch und ihr könnt die zombies hier sogar messern leute also ganz easy ich würde euch trotzdem empfehlen leute wenn ihr in diesen spot reingeht nimmt den feierring mit falls die bosse kommen damit ihr die schnell down bekommt denn die können euch hitten der imitator manchmal leute aber der gepanzerte schießt dann auf euch so das war es dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten mal